Sie hören Das Dorf der toten Kinder Geschrieben und gelesen von Martina Straten Produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin Prolog Manchmal singen wir Alte Lieder, die ihr uns einmal vorgesungen habt Wir sehen euch an unseren Gräbern stehen Wir sehen euch weinen und es tut uns weh in der Brust, wenn eure Tränen laufen Fühlen können wir immer noch und wir können uns erinnern an das Vorher und auch an das Danach Wir denken nicht gerne an den Moment, als der Tod kam denn er war grausam und er schmerzte Die Luft erreichte unsere Lungen nicht mehr und wir schnappten danach wie Fische auf dem Trockenen Wir rissen unsere Augen weit auf und es dauerte nicht lange, da hatten wir das Gefühl dass sie aus unseren Höhlen springen würden Unsere Zunge wurde schwer und groß im Mund und drängte sich über unsere Lippen Der Moment, als wir hinüberschritten hatte nichts Schönes nichts Würdevolles Da war nur Angst und wir versuchten nach euch zu rufen aber kein Laut war zu hören nur das Knacken in unserem Hals Es war uns egal, dass unsere Leichen aufgebahrt wurden Wir haben uns die Körper angesehen, wie sie blass und still auf dem Bett aus Moos und Blättern ruten Im Tod sehen wir uns ähnlich und wir lächeln uns aufmunternd zu Aber das Lächeln hilft nicht denn wir wissen, dass wir nicht weggehen werden Wir werden bleiben hier in diesem Wald Hier, wo nur die Bäume unsere Geschichte kennen fühlen wir uns besser, weil wir zusammen sind Manchmal kommt ihr vorbei und stellt ein Licht in unsere Nähe Oft auch Stofftiere und Spielzeug Die Vögel bauen sich Nester daraus und wir sehen zu, wie der Regen, der Schnee und die Sonne die Sachen zu einem Teil der Natur werden lassen In diesen Teil des Waldes kommt niemand gerne und wenn sich Wanderer hierher verirren dann sehen wir, dass sie sich fürchten wenn sie an der Stelle stehen an der wir den Tod fanden Geschmückte kleine Gräber ohne einen Friedhof Dabei muss niemand mehr Angst haben sagen die Menschen aus dem Dorf Ob das stimmt, wissen wir nicht Wir haben immer noch Angst und wir vermissen euch Aber wir sind kein Teil eures Lebens mehr auch wenn ihr es euch noch so sehr wünscht Wir sind nur noch ein Teil eurer Erinnerung und selbst dort werden wir immer blasser Vergesst uns nicht und macht uns ein Geschenk Erzählt unsere Geschichte immer wieder Dann bleiben wir bei euch Für immer Kapitel 1 Behandle einen Stein wie eine Pflanze eine Pflanze wie ein Tier und ein Tier wie einen Menschen Volk der Hopi Bergweiler 2022 Die Landschaft lag weit und hell vor ihr Keine Seltenheit für den Hunsrück der einmal ihrer Heimat gewesen war und dessen Naturschauspiele sie immer noch in Atem hielten Sie betrachtete die Gegend durch die große Windschutzscheibe des Mietwagens und blinzelte in die Spätherbstsonne Jetzt, Ende Oktober war die Ernte eingefahren und man bereitete sich auf den Winter vor der unwirtlich und sehr kalt werden konnte Julia hatte die Autobahn schon vor 20 Minuten verlassen und es kam ihr wie gestern vor dass sie das letzte Mal auf dieser Landstraße gefahren war Sie kannte jede Abzweigung jedes kleine Dorf auf der Strecke jeden Felsen am Wegesrand In wenigen Minuten würde sie den Ort erreichen an dem sie ihre ganze Kindheit verbracht hatte den Ort, der einmal ihr Zuhause gewesen war und den sie innig geliebt hatte Bergweiler war ein kleines Dorf mit ungefähr 1500 Einwohnern Als Julia vor 20 Jahren den Ort verlassen hatte waren es mindestens 500 weniger gewesen aber in den letzten Jahren waren mehrere Neubaugebiete entstanden und junge Familien zogen zu Das hatte sie aus dem Internet erfahren Sie selbst hatte jeden Kontakt zu dem Dorf mit ihrem Auszug abgebrochen Sie strich sich eine dunkle Strähne aus der Stirn und konzentrierte sich Die Fahrt vom Frankfurter Flughafen aus hatte nur knapp zwei Stunden gedauert aber sie war müde von dem langen Flug insgesamt 15 Stunden erst von Santa Fe nach Denver dann von Denver nach Frankfurt Sie hatte wie immer im Flugzeug keine Sekunde geschlafen Stattdessen in die Wolken gestarrt Musik gehört und versucht ein wenig zu arbeiten Es war wie ein Schlag ins Gesicht als sie die Ortseinfahrt passierte Sie begann zu zittern und atmete tief ein Es hatte sich nichts verändert Die Häuser waren älter geworden und das raue Klima hatte ihnen noch mehr zugesetzt Putz splitterte von den Fassaden Die alten Bauernhöfe auf ihrer rechten Seite erschienen ihr kleiner aber sie wirkten noch genauso düster und kalt wie früher Einige davon sahen allerdings frisch renoviert aus und die Vorgärten wirkten gepflegter und waren liebevoll bepflanzt Sie sah die alte Agatha in ihrem Vorgarten Wäsche aufhängen Lebt sie also immer noch, die alte Hexe? dachte sie Schon damals war ihr die Frau uralt vorgekommen Jetzt musste sie fast 90 Jahre alt sein Im Vorbeifahren hob sie instinktiv die Hand zu einem Gruß Ein Dorfkind grüßt immer jeden Sie schauderte Ich bin kein Kind mehr Ich bin schon lange kein Kind mehr Sie gab absichtlich etwas zu viel Gas und der Wagen schoss durch die enge Straße Im Rückspiegel sah sie wie Agatha missbilligend den Kopf schüttelte Bank, Apotheke, Bäcker, Metzger Der Modeladen schien geschlossen Die Schaufenster waren mit Zeitungen zugeklebt Dann die Grundschule und der Kindergarten Sie fuhr langsamer und bremste scharf an dem einzigen Zebrastreifen, den gerade eine Gruppe Kinder überqueren wollte Durch die geschlossenen Scheiben hörte sie die Kinder singen Wir sind die Kindergartenkinder Jeder kennt uns Wir wünschen uns nur das eine dass es immer so bliebe Sie konnte nichts dagegen tun Ihre Augen füllten sich mit Tränen Sie blinzelte und versuchte sie zurückzudrängen aber es gelang ihr nicht Den Blick auf die Kinder gerichtet die mit ihren Erzieherinnen vor ihrem Auto vorbeispazierten schluchzte sie auf und wischte sich mit dem Handrücken über das Gesicht Eine der Frauen nickte ihr zu nachdem das letzte kleine Mädchen auf der anderen Seite der Straße angekommen war Ihre Blicke trafen sich und sie erkannte Franka sofort Sie hatte sich nicht verändert Franka war stehen geblieben und formte mit den Lippen ihren Namen Julia Sie sah die Überraschung auf dem Gesicht der alten Schulkameradin und fuhr grußlos an An der alten Eiche vorbei die immer noch den Mittelpunkt des Dorfes bildete Ihr Elternhaus lag fast am Ortsausgang da, wo es den steilen Weg hinauf in den Wald ging Sie fuhr langsamer und betrachtete es Die großen Fenster zur Straße waren ungewöhnlich für die Gegend Hier war man darauf bedacht dem Wind und der Kälte so wenig Angriffsfläche wie möglich zu geben Selbst im Sommer blieb es in der Gegend immer um 4 bis 5 Grad kühler als in der Ebene Auch der weiße Anstrich der große Balkon im ersten Stock und die beiden Garagen machten das Gebäude zu etwas Besonderem Der Vorgarten erschien ihr ungepflegt und auch das Haus hätte neue Farbe vertragen können Ihr Herz klopfte als sie das Auto in der Einfahrt parkte Sie stieg aus und der Wind ließ ihre Haare flattern und sie bemerkte, dass der bunte lange Rock mit der silbernen Weste viel zu dünn für die Jahreszeit hier war Sie froh und griff nach einer Kaschmirstole auf dem Rücksitz die ihr schon im Flugzeug gut getan hatte Langsam gingen sie die drei Stufen zur Haustür hinauf und drückte den Klingelknopf Dr. Med. Josef Gutenberg Praktischer Arzt stand da Sie hatte plötzlich das Gefühl sich übergeben zu müssen Die Tür wurde aufgerissen Julia! Da bist du ja endlich! Komm rein! Viel Zeit hast du nicht mehr! Hallo Monika! Ich freue mich auch dich zu sehen Die Frau blieb stehen und musterte sie Wie du aussiehst! Trägt man das jetzt so in Amerika? Du solltest dich nachher umziehen Hier im Dorf ist das nicht die passende Kleidung Julia schluckte und fühlte sich augenblicklich so wie das junge Mädchen das sie einmal gewesen war und das immer aufgefallen war durch seine eigenwillige Art sich zu kleiden Monika Sei mir nicht böse aber ich glaube nicht dass du mit fast 80 Jahren weißt was man so trägt Sie war selbst erstaunt über ihren schnippischen Ton Ja, ich bin 80 Letztes Jahr hatten wir eine große Feier bei mir drüben Deine Mutter war auch dabei Da ging es ihr noch recht gut Das ganze Dorf war da und der Bürgermeister hat mir einen Präsentkorb gebracht aber das kannst du ja nicht wissen du warst ja schon 20 Jahre nicht mehr hier Julia schwieg und folgte der Nachbarin durch den dunklen Flur in dem es noch genauso roch wie früher Ein bisschen nach Zimt und ein bisschen nach der Möbelpolitur die ihre Mutter immer benutzte Sie blieben vor der geschlossenen Schlafzimmertüre schlugen Schlafzimmertüre schlugen Schlafzimmertüre schlugen Schlafzimmertüre schlugen